Willkommen zu Turm oili 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 Freunde wir spielen höher oder niedriger erstmal zur Einstimmung So und sagen am letzten Punkt noch höher Wunderbar Guck mal alter Desto länger man oili oili sagt Desto mehr Glück hat man im Leben Also Aber ich brauche ja kein Glück Ich brauche ja kein Glück Ich brauche ja Skill und Tja, den findet ihr auf www.nichtkreispunkt.de So, äh Wollen wir hier 48er, 50er, 43, 44 Warum kriege ich eigentlich hier so ein Ransfeld und die so ein dickes? Nein, ich will das Hey Alter, hab ich viel Geld ausgegeben für das Feld Da muss ja richtig was abgehen jetzt So, schauen wir mal, was will Yoko Ono Oh, Rite Inc, bah, für 1500, nie unter 77 Ich meine, das ist, ey, das sind 1500 Mücken, das kostet nix So, du bist ausverkauft Wollen wir schneller bohren können? Ich weiß nicht, ob wir das jetzt wirklich brauchen im Moment Ah, was macht Anthony? Können wir ein bisschen was verkaufen vielleicht hier? Er will eine Stammesvase Und Quarz Will noch einer Quarz Er will ein Goldnugget, haben wir auch Kannst du haben Verkaufen Äh, oh, da will ich so ein Ja, es kommen ja noch zwei Karten Aber ich weiß halt nicht, ob ich das immer kaufen kann Weil er will mir dann ein saftiges Stück Land zeigen Ja komm, ich kauf das einfach mal Und das, obwohl ich den Typen hab, der es eigentlich nicht kaufen müsste, ne? Aber, weil er es theoretisch ja eh ziemlich leicht finden kann So, die werden wir auf jeden Fall auch brauchen Ähm Beide gleichzeitig Naja, dann Dann Machen wir es so Und setzen hier mal einen Zapfhahn Und hier mal einen Zapfhahn runter Okay, der hat gesessen Der aber noch nicht Ähm Ah doch, guck mal, da unten Da ist was Ui Eine Stammesvase Achso Tja, eine meiner größten Schwächen ist Wie ihr mittlerweile schon gemerkt haben solltet Dass ich es meistens nicht hinkriege Irgendwie auf irgendeinen Kurs zu achten Und deswegen Ganz böse die A-Karte ziehe Sehr häufig So, da haben wir auf jeden Fall auch nochmal Ganz viel Öl So, äh Und da haben wir auf jeden Fall auch nochmal ganz viel Öl Hier ist doch auch noch irgendwas So Bitte mehr abpumpen, Freunde Bitte mehr Ähm So Wisst ihr, was ich mache? Ich scanne Ähm Hm Hier noch ein Maulwurf hin Jetzt ist die Frage Pass auf, ich mache hier ein Bohrer-Upgrade Äh Kacke, ey Da ist ja noch eine Gasleitung Warte, ich bohre jetzt erstmal hier rein Kann ich ja Ne, da muss ich es anders machen Ich muss es anders machen Naja, egal Äh So Jetzt, Freunde Da ist nur noch 77 Cent Ja, lol Da ist gar nichts Super Ähm Ha, ha, ha Pass auf Ich mache hier einen für eine Gasleitung Ich hoffe natürlich jetzt mal Dass ich nicht noch Okay, sehr gut Ähm Was, wo? Ach, guck mal, ist das da? Ist das Oder ist das ein Ich weiß nicht, was das ist Haha Ah, ist kein Gegenstand Toll Ähm Okay, das sollte reichen Machen wir das hier mal ein bisschen bigger Was wollte ich denn jetzt hier eigentlich machen, Leute Ach, genau Ich wollte das schließen Das ist kein Felsbohrer, sehe ich gerade Nein, das Ja, doch Okay, okay, okay Das musste schließen Und das musste schließen So, und das muss da lang Was ist hier ein Supersiboy? Ja Obwohl für 1.18 Könnte ja Obwohl, nein Wie, das war's? Weiter schwillt er nicht an? Echt jetzt? Äh Das ist natürlich blöd Ach, du meine Güte Ähm Ach, guck mal Zwei Mann können da gerade für 1.34 Können da auf jeden Fall Verlaufen So, und noch ein Sticker, bitte Quatsch Juli Warum schwillt das hier nicht an? Muss ich das jetzt öffnen? Aber dann geht das doch Oder Okay, muss man nicht verstehen Noch ein Supersilo, bitte Für meinen riesigen Eigentlich voll mies, ne Dass der jetzt sagt Hier so, ja Wieso Dass der nicht mehr wächst Aber, naja Jetzt saugt er aber kräftig, oder? So Schade, dass der hier nicht weiter anschwellen konnte Ich dachte, der schwillt nochmal Richtig schön September Ey, verkauft das nicht so billig Erstmal alles ins Silo Wie lange schwillt der noch? Und warum schwillt der nicht hier? In dem Stein, oder was? Ich hab kein Öl mehr Hier noch was Ah, da ist noch Oh, da ist noch ein Fleckchen Komm, jeder Liter zählt Ich wüsste gerne mal, wann das hier zu Ende geschwollen ist Weil ich müsste jetzt so langsam echt mal anfangen zu verkaufen Naja, okay Verkaufen einfach Aufmachen 1,50 Zwei Euro Zwei Euro und los Alles raus Alles raus Oh, das war mal wieder Das war mal wieder Kein ab Was? Was? Oh Gott Boah, was? Alter, Leute Die machen mich so fertig Die machen mich so fertig Guck mal, ich hatte ein richtig dickes Feld Und alle wollten es haben Kreis wird immer besser Kreis wird immer besser So, der hat nichts Neues Philipp Da, 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 da Wir müssen spielen Es geht nicht anders Es geht einfach nicht anders Wenn wir nicht spielen Spielen wir nicht Und wieder gewonnen Sehr schön Das ist doch mal was So, komm, mach mir mal ein gutes Angebot 71 Das ist doch alles Quatsch So, der würde einen Olmenkopf kaufen Ich brauche aber einen Will einer noch eine Stammesvase oder einen Quarz? Kannst du haben Ne Okay Ich brauche eine Stammesvase Nein, äh Einen Olmenkopf Mann Muss man aber auch noch Glück haben Und das finden Na komm Wird schon gehen Ich, die Schande kann ja nicht größer werden Die Schande kann ja nicht größer werden Da ist ein Maulwurf Dozer Wieder nur eine Stammesvase, Mann Warum? Ah, Mann Kann ich doch auch hier runterstechen Oh, nein Voll daneben Naja Ähm Wir brauchen Fahrzeuge Besattelte Ah, jetzt wo wir es können Machen wir noch einen dritten rein, hä? Komm, sauge ich den direkt leer Man muss natürlich früh anfangen Hart zu sein So, einfach mal schauen Was die Maulis machen Äh Okay Ich sehe schon Ich sehe schon, wo das hinführt Ich sehe schon, wo das hinführt Wat, wat? So Hier wird besser verkauft Sehe ich jetzt schon Bohranlage Dann einmal hier bitte direkt in den Kern zapfen Oh ja Haha So, ähm Tja, ich sehe hier schon Dass ich da einen Scanner brauchen werde Ja, geil Habe ich auf jeden Fall Bock drauf Hahahaha Äh, kann ich ja hier gar keine Leitung mehr legen später, oder? Da ist auch noch irgendwas Hartes Ich mache hier einfach Warum geht es immer wieder zurück? Hahaha So Ach du meine Güte Okay, okay Ähm Wir holen uns das auf jeden Fall Wir schließen das irgendwie am 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 Hitzenetzwerk an Das auch Aber warte mal Wir machen das anders Wir machen das so Und so Und den hier dann so Und den hier so Hauen wir das nämlich auch schon mal So Hahaha 850, Alter Ich hau schon wieder raus hier Ich hau schon wieder raus Ähm Ich kaufe ein super teures Supersilo Denn das ist ja super groß So So, wer bietet mir einen guten Kurs? Keiner Dann kippt erstmal ins Silo So Wir müssen natürlich Die Rohre bigger machen Und wir müssen natürlich auch gerade irgendwie ein bisschen Geld verdienen Jetzt können wir die Rohre nicht dicker machen Hier, der ist gerade besser, Leute Geht mal da hin Und macht mal da nix Ähm So So Wir holen alles aus der Erde Es ist doch sonnenklar Warum hab ich eigentlich noch hier nicht gescannt Okay, weil da einfach mal nichts ist Sehr schön Äh Mein Silo Kann ich da noch ein normales rein quetschen? Ja Sehr schön Ähm Okay August schon? Alter Shit, shit, shit Ihr müsst schneller fahren Wir brauchen mehr Platz im Silo Ähm So Ihr verkauft gar nix mehr Ihr lasst nur noch bitte anschwellen Sehr schön Na, da ist auch noch Da ist auch noch Gas Obwohl, warte mal Das hole ich mit über den hier, oder? Das müsste doch gehen dann Ne Müsste nicht gehen Ich weiß schon wieder, wie das läuft Oh, wenn ich die alle viel früher entdeckt hätte, ne Dann wäre es alles gar kein Problem Aber guck mal, weil der Bordturm ist jetzt Ist jetzt eh gleich alles stillgelegt Okay, pass auf Den machen wir zu September Äh Wir schließen das auf jeden Fall schon mal da an Und das schließen wir da an Und den machen wir noch zu So, der muss durch Felsen bohren noch Okay Der ist aufs höchste angeschwollen Also, wir können Nichts machen Weil Ach, Mist Los, einer fährt kurz was verkaufen Okay, jetzt Wir öffnen Wir öffnen den ersten Der ist angeschwollen Fertig Oktober Alles klar Wird funktionieren Wird funktionieren Nein, hörte Öffnen 2,5 So, der ist jetzt auch angeschwollen Auf seine November Okay, verkaufen 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 Alter Nice Kurs Nice Kurs Jetzt aber diesmal Schafft es aber diesmal Ah, wieder ein paar Liter gefehlt Wieder ein paar Liter gefehlt Wieder ein paar Liter gefehlt Aber ich glaube, ey Das ist, glaube ich, die einzig Oh nein Jetzt, Leute Jetzt geht's ab Ich glaube, das ist die einzig gute Strategie Ne Das Öl sammeln Die Gasblasen Schwellen lassen Boah, und jetzt im dritten Gebiet Wird's noch härter Okay 1.000 reicht aus 13.000 Alter Oh oh Alter Chimpop Was geht Er hat Lust zu tanzen Der Old Man Krass Okay Leute Naja Also Wer es geschafft hat Sich das Grausame Spektakel Bis hierhin anzusehen Leute Erstmal dafür Vielen, vielen Dank Ähm Ich kann immer noch Keinen Olmenkopf kaufen Das ist blöd Tja Dann hoffe ich Find ich jetzt einen Ansonsten Haben wir keinen Olmenkopf Naja Ähm Ich würde sagen Wir sehen uns in der nächsten Episode Freunde Vielen Dank, dass ihr immer noch dabei seid Ähm Und ja Bewerten und tanzen Nicht vergessen Erst Daumen Dann Pflaumen Also Bis zum nächsten Mal Reingehauen Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal